Hallo bei einer neuen Aufnahme, Daisy, mit mir Philipp. Wie euch aufgefallen ist, ja, spielen wir gerade eine andere Map und die heißt Pantera. Ähm, wir laufen jetzt hier, woops, drum hat es so gelackt, dass, ähm, zum Airfield gehen wir, ja. 800 Meter weit weg, oder? Uh, warum lagts denn hier so? Äh, nur 600 Meter weit weg? Ja, und dann gehen wir mal los. Ah, jetzt auch. Ja, jetzt geht's. So, im Hintergrund hat er ein bisschen Tap-Step, so Misch-Masch, hin oder her, wie man's nimmt. Ja, ich find persönlich Pantera viel besser als Scherneros, es gibt bessere Fahrzeuge, ist einfach, ja, schöner. Und siehst du noch nicht die dummen Patches mit dem Klo-Papier und so, dass man aufs Scheißhaus muss, jetzt wirklich. Da hoffe ich jetzt mal, dass wir hier gleich irgendwas Besonderes finden. Aber jetzt gehen wir erst mal hier in den Häusern. Vielleicht finden wir schon mal, oh mein Gott, Zombies, gleich eine gute Sache, oder so. So. Ich hoffe nicht, dass ich wieder irgendwie von Musikrechten her Ärger bekomme, aber scheiß drauf. Wie ist das in fünf Minuten? Das ist doch scheiße. Ich nehm hier auf und lasst dann. Wie ist das in fünf Minuten? Ich nehm hier auf und lasst dann noch ein paar Minuten, soo, nice, Streichhölzer, soo. Immerhin Asyl-Pack hat man schon, am Anfang. Ist da schon was drin? No. Und, finde ich schon hier ne Waffe oder so? Nö. Wäre zu schön gewesen. Und dann laufen wir jetzt einfach mal hier weiter. Richtung Baracken. Einer der besten Militär-Loots von uns. Naja, außer Heli-Crash, ist diese noch besser. Wie findet man da ja leider nicht so oft. Auf den Servers richtig was los. Warum jetzt resetten zwei Minuten? Es war grad fünf Minuten. Lol. Schaut, ich hab ja für ein Public-Bird-Schwürstens. Oh mein Gott. Hoffentlich speichert es das jetzt damit, was wir hier gemacht haben. So, sind wir gleich da. Gehen wir jetzt erstens mal in das Haus. So, und weil uns der Server ein Strich durch die Rechnung gemacht hat, werde ich jetzt gleich mal eine Aufnahmepause machen. Aber für euch nicht lang, für mich nicht lang. Denn ich hoffe, der Server geht gleich wieder. Und nichts Besonderes. Ah, doch, der hinten. Eine Cola. So. Oh, hier hört sich's anders an, wenn er läuft. Oh, noch mehr trinken. Und ich glaub, der Server restartet. Nice, Mann. Es war niemals zwei Minuten. Naja. Tschüss, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ja, nächsten Mal. Was heißt das? Ich sag mal, bis nach Movistat. Tschüss. Ja, noch im Laden. Bald, aber trotzdem. Bevor ich jetzt hier ermordet werde oder so, hab ich hier gedacht. Nehme ich lieber gleich mal auf. Ach, klar, dass es nicht mitgespeichert ist, oder? Oh, Mann. Und jetzt lagts auch wieder. Oh, mein Gott. Wow. Oh. Oh. Was steht denn da? Die heilige Maria. Ach, du heilige. Ha. Alter. Ja, klar, dass er kaputt ist, oder? Oh, Mann, lag das. Alter. 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 Äh, ja, ich bin sprachlos. Der, ganz, ja, der schaut ganz aus. Ein Tschernok oder Bananenhegel, nehm ich ihn einfach. Mann. Alles kaputt, ey. Oh, mein Gott. War auch kein Geer. Ja, kann man, dass mein Heli vergessen war. Mann. Wär jetzt schön gewesen. Oh, mich verfolgt der Zombies. Ja, die Propeller-Maschinen sind ganz, aber ich hab keinen Bock, mit einer Propeller-Maschine rumzusegeln. Geht. Zombies wagten mich. Das nicht mal den Marker auf SC zu ziehen. so nehmen wir das auch mal mit hier und ab in den nächsten stock läuft er wie geschmiert netzwerk oder abgeschossen und das findet mit seiner geseilensten pistole und fuck man und und ja da sind sie tot Kein guter Loot. Lol. Hallo. Ah, geht doch. Und dann, denke ich mal, fliegen wir doch mit dem anderen Flugzeug rum. Heilige Maria und Josef. Ich bin sprachlos. Aber ohne Muni, Mann. Naja, das kann der Blatt machen. So schnell kanns gehen. Ich hab' den Rucksack, der schaut geil aus, auf die Painkiller Scheiße ich mach' Und dann mache ich das mal so Ja Warum steht dann Zombie Aber bei meinem Glück werde ich jetzt eh bald abgeschossen Besonders sind hier auf dem Server 40 Leute Denn ich finde Relativ gut Aber ich glaube es liegt daran dass es gestartet hat Mal durchlassen Einmal entdeckert ja so gehts Lagerboss ne kennt mich Ich habe euch gerade gesagt wie der YouTube-Channel heißt und dann geht er einfach mal hin Ein ziemlich freches Bambi Ich hätte weiter fliegen sollen Ich weiß es jetzt schon Ich werde sterben Er wird zuerst und versagen Wie schon gesagt er wird verkacken Oh er hat es geschafft Oh was für ein Lager Schauen wir mal ob wir da hinnehen Wir schafften es erscheint es wieder nicht Man hätte ich abschießen können Aber auf Bambi schießen wir nicht LoL Hi Leute hier bin ich wieder Ja wie ihr gesehen habt Hat sich mein Game aufgehangen Ich konnte nichts mehr machen Und ich wurde von BattleEye gekickt Unter dem wo ich geflogen bin Und so viel wie ich noch gesehen habe war Mein Blut war blinkend Und ich will nicht mit dem Gear sterben Und ich habe noch das Bambi fliegen lassen Ah man ich Man es regt mich jetzt auf hier So schauen wir was passiert Ob wir tot sind Töter als tot Und ob wir überlebt haben Gerade so Und 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 Die Aufregung Trommelwirbeln Aber ich habe es überlebt Leute Lagerboss Boss ist abgestürzt Boss hat überlebt Flugzeug So Ich habe schon wieder ein Lachs Aber ich bin hier auf dem Server Immer wenn wir frisch spawnen Ein todes Bambi Nicht gut Gar nicht gut Boah bin ich ja schon Habe ich den tot geflogen aus Versehen Hm Tut mir leid Bambi Ähm Ja Ich habe Essen Ich habe Trinken Hab Drei Vier Wow Das reicht Locker und Gleich Okay Mein Flugzeug ist jetzt zerstört Und ich bin hier Am Airfield Dann gehe ich jetzt mal hierher Okay Hier ist mein Wegpunkt Vielleicht Vielleicht finde ich ja ein Auto Oder sowas Es ging ja so gut los Und endet jetzt so schlecht Nee Das kann es nicht sein Aber vielleicht war es sogar glück Dass ich gekriegt worden bin Weil deswegen habe ich so wenig Leben verloren Ohne Scheiße Wie oft Reside ist er auch noch Ich glaube nach dem Reset mache ich mal eine Pause als echt Ähm ja Ich sage mal Piep ist Ich habe kein Poggeier Alle zwei Minuten Reside zu werden Ich habe kein Poggeier Die sollten in der Nacht da rum basteln Aber nicht tagsüber Aber die Propellermaschine würde neues machen Ich glaube es wäre mir egal Die ganzen Restarts Geht Du hier So dann lock ich mich hier mal aus Ciao Leute Und